26. Kapitel Und was die jüngere Schwester der Älteren zugeflüstert hatte, das wurde wahr. Und schon wenige Tage nach diesem ersten Wiedersehen waren Armgard und Woldemar Verlobte. Der alte Graf sah einen Wunsch erfüllt, den er seit langem gehegt, und Melusine küßte die Schwester mit einer Herzlichkeit, als ob sie selbst die Glückliche wäre. »Du gönnst ihn mir doch.« »Aber, meine liebe Armgard,« sagte Melusine, »wenn du wüsstest, ich habe nur die Freude, du hast auch die Last.« An demselben Abende noch, wo die Verlobung stattgefunden hatte, schrieb Woldemar nach Stechlin und nach Wutz. Der eine Brief war so wichtig wie der andere, denn die Tante Domina, deren Missstimmung so gut wie gewiss war, musste nach Möglichkeit versöhnlich gestimmt werden. Freilich blieb es fraglich, ob es glücken würde. Zwei Tage später waren die Antwortbriefe da, von denen diesmal der Wutzerbrief über den Stechliner siegte, was einfach daran lag, dass Woldemar von Wutz her nur Ausstellungen, von Stechlin her nur Entzückungen erwartet hatte. Das traf aber nun beides nicht zu. Was die Tante schrieb, war durchaus nicht so schlimm, sie beschränkte sich auf Wiederholung der schon mündlich von ihr ausgesprochenen Bedenken, und was der Alte schrieb, war nicht so gut oder doch wenigstens nicht so der Situation angepasst, wie es Woldemar gewärtigte. Natürlich war es eine Beglückwünschung, aber doch mehr noch ein politischer Exkurs. Dubslav litt als Briefschreiber daran, gern bei Nebensächlichkeiten zu verweilen und gelegentlich über die Hauptsache wegzusehen. Er schrieb, Mein lieber Woldemar, die Würfel sind nun also gefallen. Früher hieß es, Alia Yacta ist, aber so altmodisch bin ich denn doch nicht mehr. Und da zwei Sechsen oben aufliegen, kann ich nur sagen, ich gratuliere. Nach dem Gespräch übrigens, das ich am 3. Oktober morgens mit dir führte, während wir um unseren Stechliner Springbrunnen herumgingen, seit drei Tagen springt er nicht mehr, wahrscheinlich werden die Mäuse das Rührenwerk angeknabbert haben, Seit jenem Oktobermorgen habe ich sowas erwartet, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Du wirst nun also eine Karriere machen, glücklicherweise zunächst durch dich selbst und dann allerdings auch durch deine Braut und deren Familie. Graf Barbie, mit Rübenboden im Magdeburgischen und mit Mineralquellen im Graubündischen. Höher hinauf geht es kaum, du müsstest dich denn bis ins Katzlersche verirren. Armgard ist auch schon viel, aber Ärmentrud doch mehr und für den armen Katzler jedenfalls zu viel. Ja, mein lieber Voldemar, du kommst nun also zu Vermögen und Einfluss und kannst die Stechlins wieder raufbringen. Gestern war Baruch Hirschfeld hier und in allem willfährig. Die Juden sind nicht so schlimm, wie manche meinen. Und wenn du dann hier einziehst und statt der alten Karte sowas im Chateaustil bauen lässt und vielleicht sogar eine Fasanenzucht anlegst, sodass erst der Poststephan und dann der Kaiser selbst bei dir zu Besuche kommen kann, ja, da kannst du möglicherweise selbst das erreichen, was dein alter Vater, weil Feilenhauer Torgelow mächtiger war als er, nicht erreichen konnte, den Einzug ins Reichshaus mit dem freien Blick auf Kroll. Mehr kann ich in diesem Augenblick nicht sagen, auch meine Freude nicht höher spannen, und in diesem relativen Ruhigbleiben empfinde ich zum ersten Mal eine gewisse Familienähnlichkeit mit meiner Schwester Adelheit, deren Glaubensbekenntnis im letzten darauf hinausläuft, Kleinadel über Hochadel, Junker über Graf. Ja, ich fühle, deinen Gräflichkeiten gegenüber, wie sich der Junker ein bisschen in mir regt. Die reichen und vornehmen Herren sind doch immer ganz eigene Leute, die wohl Fühlung mit uns haben, unter Umständen auch suchen, aber das Fühlunghalten nach oben ist ihnen schließlich doch viel, viel wichtiger. Es heißt wohl immer, wir Kleinen, wir machten alles und könnten alles, aber bei Belichte besehen ist es bloß das Alte. Du glaubst zu schieben und du wirst geschoben. Glaube mir, Voldemar, wir werden geschoben und sind bloß Sturmbock. Immer dieselbe Geschichte wie mit Protz und Proletarier. Die Proletarier, wie sie noch echt waren, jetzt mag es wohl anders damit sein, waren bloß auch immer nur dazu da, die Kastanien aus dem Feuer zu holen. Aber ging es dann schief, dann wanderte Bruder Habenichts nach Spandau und Bruder Protz legte sich zu Bette. Und mit Hochadel und Kleinadel ist es beinahe genauso. Natürlich heiratet eine Ärmintrud mal einen Katzler, aber eigentlich eugt sie doch mehr nach einem Steward oder Vasa, wenn es deren noch gibt. Wird aber wohl nicht. Entschuldige diesen Herzenserguss, dem du nicht mehr Gewicht beilegen musst, als ihm zukommt. Es kam mir das alles so von ungefähr in die Feder, weil ich gerade heute wieder gelesen habe, wie man einen von uns, der durch Eintreten eines Ippe-Büchsenstein hätte gerettet werden können, schändlich im Stich gelassen hat. Ippe-Büchsenstein ist natürlich nur Begriff. Alles in allem, ich habe zu dir das Vertrauen, dass du richtig gewählt hast und dass man dich nicht im Stiche lassen wird. Außerdem, ein richtiger Merke hat Augen im Kopfe und ist beinahe so helle wie in Sachse. Wie immer dein alter Vater Dubschlaf von Stechlin. Es war Ende November, als Woldemar diesen Brief erhielt. Er überwand ihn rasch und am dritten Tage las er alles schon mit einer gewissen Freudigkeit. Ganz der Alte, jede Zeile voll Liebe, voll Güte, voll Schnurrigkeiten. Und eben diese Schnurrigkeiten trafen sie nicht eigentlich auch den Nagel auf den Kopfe? Sicherlich. Was aber das Beste war, so sehr das alles im Allgemeinen passen mochte, auf die Barbies passte so gut wie nichts davon. Die waren doch anders. Die suchten nicht Fühlung nach oben und nicht nach unten. Die marschandierten nicht mit links und nicht mit rechts. Die waren nur Menschen. Und dass sie nur das sein wollten, das war ihr Glück und zugleich ihr Hochgefühl. Woldemar sagte sich denn auch, dass der Alte, wenn er sie nur erst kennengelernt haben würde, mit fliegenden Fahnen ins Barbiesche Lager übergehen würde. Der Alte Graf, Armgart und vor allem Melusine. Die war genau das, was der Alte brauchte, wobei ihm das Herz aufging. Den Weihnachtsabend verbrachte Woldemar am Kronprinzenufer, auch Worshowitz und Kujatius, von denen jener natürlich unverheiratet, dieser wegen beständiger Streiterei von seiner Frau geschieden war, waren zugegen. Kujatius hatte gebeten, ein Krippentransparent malen zu dürfen, was denn auch, als es erschien, auf einen Nebentisch gestellt und allseitig bewundert wurde. Die drei Könige waren Porträts, der Alte Graf, Kujatius selbst und Worshowitz, als Mohrenkönig. Letzterer, trotz Wollhaar und aufgeworfener Lippe, von frappanter Ähnlichkeit. Auch in der Maria suchte man nach Anlehnungen und fand sie zuletzt. Es war Lissi, die, wie so viele Berliner Kammerjungfern, einen sittig verschämten Ausdruck hatte. Nach dem Tee wurde musiziert und Worshowitz spielte, weil er dem alten Graf eine Aufmerksamkeit zu erweisen wünschte, die Polonaise von Oginski, bei deren erster, nunmehr um siebzig Jahre zurückliegenden Aufführung, einem alten Andi zufolge, der polnisch-greifliche Komponist im Schlussmomente sich erschossen haben sollte. Natürlich aus Liebe. Brav, brav, sagte der Alte Graf und war, während er sich beinahe überschwänglich bedankte, so sehr aus dem Häuschen, dass Worshowitz schließlich schelmisch bemerkte, den Piffpa-Schluss musste ich mir versagen, Herr Graf, trotzdem meine Verehrung, Blick auf Armgard, sehr groß ist, fast so groß wie die Verehrung des Herrn Grafen vor Graf Oginski. So verlief der Heiligabend. Schon vorher war man übereingekommen, am zweiten Feiertag zu dritt einen Ausflug nach Stechlin zu machen, um dort die künftige Schwiegertochter dem Schwiegervater vorzustellen. Noch am Christabend selbst, trotzdem Mitternacht schon vorüber, schrieb denn auch Woldemar einige Zeile nach Stechlin hin, in denen er sich samt Braut und Schwägerin für den zweiten Feiertag anmeldete. Rechtzeitig trafen Woldemars Zeilen in Stechlin ein. Lieber Papa, wir haben vor, am zweiten Feiertage mit dem Spätnachmittagszuge von hier aufzubrechen. Wir sind dann um sieben auf dem Granseer Bahnhof und um neun oder nicht viel später bei dir. Armgard ist glücklich, dich endlich kennenzulernen, den kennenzulernen, den sie seit lange verehrt. Dafür, mein lieber Papa, habe ich Sorge getragen. Graf Barbie, der nicht gut bei Wege ist, was ihn hindert mitzukommen, will der angelegentlich empfohlen sein. Desgleichen Gräfin Ghiberti, die uns als Dame d'Honneur begleiten wird. Armgard ist in Furcht und Aufregung wie vor einem Examen, sehr ohne Not. Kenne ich doch meinen Papa, der die Güte und Liebe selbst ist. Wie immer, dein Woldemar. Engelke stand neben seines Herrn Stuhl, als dieser die Zeilen halblaut, aber doch in aller Deutlichkeit vorlas. Nun, Engelke, was sagst du dazu? Ja, gnädiger Herr, was soll ich dazu sagen? Es ist ja doch das, was man so eine gute Nachricht nennt. Natürlich ist es eine gute Nachricht. Aber hast du noch nicht erlebt, dass einen gute Nachrichten auch genieren können? Ja, gnädiger Herr, ich kriege keine. Na, dann sei froh. Dann weißt du nicht, was gemischte Gefühle sind. Sie, ich habe jetzt gemischte Gefühle. Da kommt nun mein Woldemar. Das ist gut. Und da bringt er seine Braut mit. Das ist wieder gut. Und da bringt er seine Schwägerin mit. Und das ist wahrscheinlich auch gut. Aber die Schwägerin ist eine Gräfin mit einem italienischen Namen. Und die Braut heißt Armgat, was doch auch schon sonderbar ist. Und beide sind in England geboren. Und ihre Mutter war aus der Schweiz. Von einer Stelle her, von der man nicht recht weiß, wozu sie gehört, weil da alles schon durcheinander geht. Und überall haben sie Besitzungen. Und Stechlin ist doch bloß eine Karte. Siehe, Engelke, das ist genielig und gibt das, was ich gemischte Gefühle nenne. Nun ja, nun ja. Und dann müssen wir doch auch repräsentieren. Ich muss Ihnen doch irgendeinen Menschen vorsetzen. Ja, wen soll ich Ihnen vorsetzen? Viel ist hier nicht. Da habe ich Adelheiden. Natürlich. Die muss ich einladen. Und sie wird auch kommen. Trotzdem Schnee gefallen ist. Aber sie kann ja einen Schlitten nehmen. Vielleicht ist ihr Schlitten besser als ihr Wagen. Gott, wenn ich an das Verdeck denke, mit der großen Lederflicke, da wird mir auch nicht besser. Und dabei denkt sie, sie ist was. Was am Ende auch wieder gut ist, denn wenn der Mensch erst denkt, es ist gar nichts mit ihm, dann ist es auch nichts. Und dann, gnädiger Herr, ist sie auch eine Domina und hat einen Rang. Und ich habe auch mal gelesen, sie ist eigentlich mehr als ein Major. Na, jedenfalls ist sie mehr als ihr Bruder. So ein vergessener Major ist ein Jammer. Aber Adelaide selbst, so auf den ersten Anhieb, ist auch bloß so, so. Wir müssen jedenfalls noch wen dazu haben. Schlag was vor. Baron Beetz und der alte Zühlen, die die besten sind, die wohnen zu weit ab. Und ich weiß nicht, seit wir die Eisenbahnen haben, laufen die Pferde schlechter. Oder es kommt einem auch bloß so vor. Also, die guten Nummern fallen aus. Und da sind wir denn wieder bei Gundermann. Ach, gnädiger Herr, den nicht. Und der soll ja auch so zweideutig sein. Unke hat es mir gesagt. Unke hat freilich immer das Wort zweideutig. Aber es wird wohl stimmen. Und dann die Frau Gundermann. Das ist eine richtige Berlinische. Verlass ist auf ihm nicht und auf er nicht. Ja, Engelke, du sollst mir helfen und machst es bloß noch schlimmer. Wir könnten es mit Katzler versuchen. Aber da ist das Kind krank. Und vielleicht stirbt es. Und dann haben wir natürlich noch unseren Pastor Nu. Der ginge. Bloß, dass er immer so still da sitzt. Wie wenn er auf den Heiligen Geist wartet. Und mitunter kommt er ja. Aber noch öfter kommt er nicht. Und solche Herrschaften, die dran gewöhnt sind, dass einer in einem Fort was Feines sagt. Ja, was sollen die mit unserem Lorenzen? Er ist ein Schweiger. Aber er schweigt doch noch immer besser, als sie Gundermannscherett. Das ist richtig. Also Lorenzen. Und vielleicht, wenn das Kind sich wieder erholt, auch Katzler. Einen Schelm gibt mehr, als er hat. Und dann, Engelke, solche Damen, die überall rum in der Welt waren. Da weiß man nie, wie der Hase läuft. Es ist möglich, dass sie sich für Krippenstapel interessieren. Oder höhere. Da fällt mir noch was ein. Was meinst du zu Koseleger? Den hatten wir ja noch nie. Nein, aber Not lehrt beten. Und mache mir eigentlich nicht viel aus ihm. Indessen ist, und bleibt er doch immer ein Superintendent. Und das klingt nach was. Und dann war er ja mit einer russischen Großfürstin auf Reisen. Und solche Großfürstin ist eigentlich noch mehr als eine Prinzessin. Also, sprich mal mit Kluckhuhn, der soll einen Boten schicken. Ich schreibe gleich eine Karte. Ein Katzler sagte ab, oder ließ es doch unbestimmt, ob er kommen könne. Koseleger dagegen, was ein Glück war, nahm an. Und auch Schwester Adelheit antwortete durch den Boten, den Dubslav geschickt hatte. Dass sie den zweiten Feiertag in Stöchlin eintreffen und so weit wie dienlich und schicklich nach dem Rechten sehen würde. Adelheit war in ihrer Art eine gute Wirtin und stammte noch aus den alten Zeiten, wo die Damen bis zum Schlachten und Aalabziehen herunter alles lernten und alles konnten. Also, nach dieser Seite hin entschlug sich Dubslav jeder Befürchtung. Aber wenn er sich dann mit einem Male vergegenwärtigte, dass es seiner Schwester vielleicht in den Sinn kommen könne, sich auf ihren Uradel und auf die Vorzüge 600-jähriger märkischer Eingesessenheit zu besinnen, so viel alles, was er sich in dem mit Engelke geführten Gespräche an Trost zugesprochen hatte, doch wieder von ihm ab. Ihm bangte vor der Möglichkeit einer seitens seiner Schwester aufgesetzten hohen Miene wie vor einem Gespenst und desgleichen vor der Kostümfrage. Wohl war er sich, ob er nun seine rote Landstandsuniform oder seinen hochkragigen schwarzen Frack anlegte, seiner eigenen altmodischen Erscheinung voll bewusst, aber nebenher, was seine Person anging, doch auch wieder einer gewissen Patriarchalität. Einen gleichen Trost konnte er dem äußeren Menschen seiner Schwester Adelheit nicht entnehmen. Er wusste genau, wie sie kommen würde. Schwarzes Kleid, Rüsche mit kleinen Knöpfelchen oben und die sieben Kurfürstenbrosche. Was ihn aber am meisten ängstigte, war der Moment nach Tische, wo sie, wenn sie sich einigermaßen behaglich zu fühlen anfing, ihre Wutzer Gesamtschossühre auf das Kamingitter zu stellen und die Wärme von unten her einzusaugen pflegte. Gleich nach sieben trafen Woldemar und die Barbischen Damen auf dem Granseer Bahnhof ein und fanden Martin und den Stechlinschen Schlitten vor, letzterer insoweit ein Prachtstück, als er ein richtiges Bärenfell hatte, während andererseits Geläut und Schneedicken und fast auch die Pferde mehr oder weniger zu wünschen übrig ließen. Aber Melusine sah nichts davon und Armgard noch weniger. Es war eine reizende Fahrt. Die Luft stand und am stahlblauen Himmel oben blinkten die Sterne. So ging es zwischen den eingeschneiten Feldern hin und wenn ihre Kappen und Hüte hier und dort die niederhängenden Zweige streiften, fielen die Flocken in ihren Schlitten. In den Dörfern war überall noch Leben und das Anschlagen der Hunde, das vom nächsten Dorfe her beantwortet wurde, klang übers Feld. Alle drei Schlitteninsassen waren glücklich und ohne dass sie viel gesprochen hätten, bogen sie zuletzt eine weite Kurve machend in die Kastanienallee ein, die sie nun rasch über Dorfplatz und Brücke fort bis auf die Rampe von Schloss Stechlin führte. Dubslav und Engelke standen hier schon im Portal und waren den Damen beim Aussteigen behilflich. Beim Eintritt in den großen Flur war für diese das Erste, was sie sahen, ein mächtiger, von der Decke herabhängender Mistelbusch. Zugleich schlug die Treppenuhr, deren Hippenmann wie verwundert und beinahe verdrießlich, auf die fremden Gäste herniedersah. Viele Lichter brannten, aber es wirkte trotzdem alles wie dunkel. Woldemar war ein wenig befangen, Dubslav auch und nun wollte Armgard dem Alten die Hand küssen, aber das gab diesem seinen Ton und seine gute Laune wieder. Umgekehrt wird ein Schuh daraus und zuletzt ein Pantoffel lachte Melusine. verwendet. und ein Pantoffel und ein Pantoffel Vielen Dank.